Hallo, hallo, meine Liebe. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du reinhörst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser letzten Folge für das Jahr 2023. Krass, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte in den letzten zwei, drei Wochen das Gefühl, als hätte jemand auf einmal die Fast-Forward-Taste gedrückt und das Jahr ist quasi an mir vorbei galoppiert und ich stehe hier so ein bisschen und denke, Moment, 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 ich wollte doch noch so viel machen in 2023, wieso ist es denn jetzt eigentlich schon fast vorbei? Also es ist ja nur fast vorbei, man kann ja auch noch ganz viele tolle Sachen machen und erleben und entscheiden und anstoßen für 2024, aber du weißt, was ich meine. Also tatsächlich ist jetzt heute, wenn du diese Folge hörst, ist ja Weihnachten schon rum und Silvester steht vor der Tür und nächste Woche startet schon ein wunderbar neues, frisches Jahr 2024. Wahnsinn, genau, so und deswegen geht es in der heutigen Folge natürlich darum, dass wir nochmal uns erlauben, einmal kurz auf 2023 zurückzuschauen und da habe ich ein paar ganz tolle Fragen für dich mitgebracht und dass wir auch nochmal gucken, was du eigentlich in 2024 machen möchtest. Und insofern würde ich sagen, fangen wir auch einfach direkt an. Genau, es gibt ja tatsächlich auch, vielleicht machst du das ja auch, die ganzen Raunachtsrituale und vielleicht bist du insofern sowieso gerade schon gedanklich tief drin und damit beschäftigt, für jeden Monat des neuen Jahres zu einem bestimmten Thema zu schauen, was möchtest du eigentlich in 2024 erleben, was sind deine Ziele, was sind deine Träume, was ist deine Vision und ich mag solche Rituale auch sehr, 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 sehr gerne, weil ich finde, dass es immer gut ist, sich diesen Moment zu nehmen und so innezuhalten und sich dann eben bewusst auszurichten auf das, was man haben möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich in dieser Folge erstmal nochmal zurückschauen auf 2023. Warum? Weil das sonst manchmal so ist, dass wir irgendwie immer nur nach vorne preschen und immer nur wieder sehen, was wollen wir in der Zukunft kreieren, schaffen, erreichen, machen, umsetzen, erleben. Und in der Rückschau, in der bewussten Rückschau sind so viele Aha-Erlebnisse verborgen, so viele Erkenntnisse, so viel Wissen und fast schon Weisheit für dich, die du dann für dich transformieren kannst, damit es eben nach vorne raus vielleicht leichter wird oder damit du nach vorne raus auch einfach besser weißt, was will ich denn eigentlich wirklich. Also insofern gehen wir sozusagen nochmal, wir steigen nochmal ein in das Jahr 2023 jetzt gedanklich. Und ich kann dir empfehlen bei dieser Folge, dass du, ja, wenn du Zeit hast, dass du dich einfach irgendwo gemütlich hinsetzt mit einem Journal oder auch einfach mit Papier und Stift. Ich bin ja großer Journal-Fan, habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Ich habe immer das Gefühl, ich schreibe die Dinge manchmal quasi in die Existenz. Also fast jeden Morgen journal ich tatsächlich, manchmal auch abends, aber meistens morgens und liebe das total. Ich liebe das total als Prozess, um mich zu sortieren, um mich auszurichten, um zu reflektieren. Also insofern, wenn du das auch machst, vielleicht ist das ja auch ein super Ziel für 2024. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, probiere es mal aus für 2024, dich bewusst mit dir morgens auseinanderzusetzen, was du von diesem Tag möchtest, was du von diesem Monat möchtest, von der Woche. Anyways, okay, also kleines Side-Note sozusagen. Journal vielleicht für 2024, aber vielleicht hast du ja jetzt auch schon eins oder einfach irgendwie ein schönes Buch oder eben einfach ein Blatt Papier und Stift. Und was ich dir empfehlen kann, ist, dass du bei dieser Folge das dann einfach so machst, dass du dir die Frage anhörst und dass du dann die Folge stoppst und tatsächlich dir einen Moment nimmst, darüber wirklich nachzudenken. Und deswegen das Journal und das Blatt Papier, das dann tatsächlich auch aufzuschreiben. Weil in diesem Schreibprozess findet nochmal eine ganz andere Art der Reflexion statt und es geht auch einfach schlichtweg nochmal tiefer. Es verankert sich wie so in deinem Bewusstsein. Es ist dann nicht nur einfach so, weißt du, es ist nicht nur so ein Gedanke, der einmal so an dir vorbeizieht, sondern es hat die Chance, mehr Raum zu bekommen und damit mehr Gewichtung zu bekommen und damit eben auch einfach einen größeren Unterschied zu machen, weißt du? Weil ein Gedanke, der einfach nur flüchtig gedacht ist, hat natürlich nicht den gleichen Effekt wie du setzt dich irgendwie hin, denkst da in Ruhe drüber nach, schreibst es dann auf, reflektierst darüber nochmal, guckst, ist das wirklich das, was ich da gerade empfinde oder kommt da vielleicht irgendwie, wenn ich jetzt da so einen Moment mit sitze, noch was anderes hoch, gibt es da noch andere Gedanken, hängt da noch was anderes mit dran? Und ich verspreche dir, dass wenn du diesen Prozess tatsächlich sehr bewusst machst, dass es so sein wird, dass über diese Fragen dann auch nochmal viel mehr wie so an die Oberfläche blubbert, als du vielleicht am Anfang denkst. Also insofern, stopp die Folge nach den Fragen, nimm dir die Zeit, das aufzuschreiben, darüber zu reflektieren und mach dann erst weiter mit der Folge. Also, wir fangen an. Die erste Frage, die du dir aktuell in dem Moment jetzt stellen darfst, ist, es ist wie so eine Art Check-in bei dir selber. Wie geht es dir gerade? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Bist du total entspannt? Bist du glücklich und zufrieden? Bist du eher ein bisschen gestresst? Bist du traurig? Bist du zuversichtlich oder nicht so zuversichtlich? Wie ist deine emotionale Lage gerade? Weil das wichtig ist, sozusagen für dich jetzt zu erkennen, was ist so dein overall Gemütszustand? Und was ist vielleicht eben gerade auch dein Gemütszustand, wenn du jetzt nach Weihnachten weißt, okay, das Jahr ist in den letzten Zügen. Du guckst nochmal so ein bisschen zurück auf 23, lässt Revue passieren, was da passiert ist und weiß, dass irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Tagen 2024 anfängt und sozusagen neues Kapitel aufgemacht wird. Und die Frage ist ja wirklich, wie geht es dir da jetzt gerade mit? Und wir kommen am Ende nochmal drauf zurück, aber jetzt erstmal nur für dich zu gucken, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es dir emotional? Genau, also stopp die Folge und fühl mal ein bisschen rein, wie es dir tatsächlich einfach gerade geht. Und die zweite Frage ist, was sind die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen, wenn du an 2023 denkst? Und auch das ist sozusagen erstmal nochmal nur die Intention zu gucken, wie geht es dir damit eigentlich gerade? Schreib einfach mal wirklich ganz stumpf runter, welche Gedanken kommen dir in den Kopf? Irgendwie war das ja anstrengend, war es doof, war es herausfordernd, war es überschäumend glücklich, war es super erfolgreich, war es Expansion und Wachstum pur? Wovon war es geprägt, was ist, was irgendwie so das, was so das, vielleicht so wie der Titel des Jahres 2023, den du dem Jahr jetzt in der Rückschau geben würdest? Und also ich weiß von ganz vielen meiner Klienten, dass das Jahr 2023 tendenziell eher so ein bisschen challenging war. Dass da viel, viel auf die Probe gestellt wurde, viel, ja einfach so, wo du gezwungen wurdest hinzuschauen, wo du gezwungen wurdest dir irgendwelche Sachen anzugucken. Es ging irgendwie darum, es ging irgendwie darum, aufzuräumen, es ging darum, dir über Dinge bewusst zu werden, es ging darum, es würde fast sagen, dass 2023 so ein bisschen so war, dass das so, als musstest du da ein bisschen die Groundwork machen, die Basisarbeit. Weil, wieso das Hausputzen dafür, dass in 2024 die große Party stattfinden kann, dass du vorbereitet bist? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, hast du dich auch vorbereitet? Also hast du dich mit deinen Themen, mit den Sachen, die vielleicht passiert sind in 2023, bist du mit denen bewusst umgegangen? Oder hast du die immer nur zur Seite gedrückt und einfach immer so weitergemacht wie bisher? Und wolltest du dich nicht damit auseinandersetzen? Aber vielleicht sagst du auch, wenn du zurückguckst auf 2023, nee, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie was war mit Aufräumen und Groundwork, sondern ich bin total geflogen. Es war alles easy und leicht und cool und viel schöner und wilder und großartiger, als ich vorher gedacht habe. Also guck einfach mal, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn du an 2023 denkst. Und daran schließt sich jetzt sozusagen an die dritte Frage, nämlich, was war dein übergeordnetes Ziel für 2023? Und die Frage, hattest du überhaupt ein konkretes Ziel? Also vielleicht hattest du ja auch gar keins. Vielleicht wolltest du einfach nur ein schönes Jahr haben, ein entspanntes Jahr haben, ein erfolgreiches Jahr haben. Aber vielleicht war es ja auch so, dass du zum Beispiel dir vorgenommen hast, dass du ein bestimmtes Umsatzziel in deinem Business erreichen willst, dass du deine ersten Kunden haben willst, dass du ein neues Programm launchen willst. Vielleicht hattest du auch andere Ziele und Pläne, dass du gesagt hast, ich möchte gerne eine neue Wohnung finden, ich möchte gerne umziehen. Vielleicht bist du Angestellten und hast gesagt, ich möchte gerne wirklich diese, ich möchte eine Beförderung, ich möchte mehr Gehalt rausverhandeln oder ich möchte eine anspruchsvollere Aufgabe haben. Vielleicht war dein großes Ziel, dass du gesagt hast, du möchtest, dass sich deine Beziehung anders anfühlt. Du möchtest mehr Quality Time. Vielleicht war es irgendwas in Bezug auf deine Kinder. Also das Spannende daran ist, dass du tatsächlich nochmal gucken kannst, gab es eigentlich ein konkretes Ziel für 2023? Oder war es so, dass du so ein bisschen dummdi-dumm on the go einfach so nach dem Motto, wir gucken mal, was kommt. Und es ist überhaupt nichts Falsches daran, sozusagen einfach mal zu gucken, was kommt. Aber meine Erfahrung ist, dass dann, wenn du dir erlaubst zu gucken oder erlaubst zu definieren und den Mut gegenüber dir selber auch zu haben und dir selbst gegenüber dieses Commitment abzugeben, dass das jetzt wirklich ein Ziel ist, dass das mehr Energie und mehr Fokus freisetzt, als wenn du einfach nur in dem Modus bist von, wir gucken mal, wie es läuft. Und mit diesen Zielen meine ich jetzt nicht, das Champagner-geschwängerte, den Champagner-geschwängerten Beschluss um 1.20 Uhr am Silvestermorgen zu sagen, dieses Jahr mache ich wirklich mehr Sport und nächstes Jahr wird es auch alles ganz anders und nächstes Jahr bin ich super strukturiert und organisiert und ich mache viel mehr von dem und weniger von dem und ich esse keinen Zucker mehr und Fleisch esse ich auch nicht und du weißt, was ich meine. Also das meine ich nicht, ich meine jetzt wirklich so, sowas, was so aus dem Herzen kommt. Also hattest du Ziele für 2023, Herzensziele, die sozusagen aus deinem Innersten kamen, etwas, das dir wirklich wichtig war, was hast du gerne erleben oder erfahren wolltest in 2023? Und die nächste Frage ist nämlich dann, bei der Verfolgung dieser Ziele oder dieser Wünsche, dieser Träume, dieser Sachen, die du gerne erleben wolltest, was hat das funktioniert oder was hat funktioniert, was du dafür gemacht hast? Nehmen wir mal an, nehmen wir jetzt wirklich sozusagen irgendein Business-Ziel. Du wolltest deine ersten Kunden akquirieren. Dann kannst du, das ist ja sozusagen ein super schönes greifbares Ziel, das macht es ja immer ein bisschen einfacher, weil mehr Geld ist, keine Ahnung was, ein Cent ist auch mehr Geld und 100 Euro mehr ist auch mehr Geld, aber das ist im Zweifel dann nicht das, was du im Kopf hast, wenn du sagst, ich würde gerne mehr Geld einnehmen in 2023. Also insofern, im Idealfall war es natürlich irgendwas Konkretes, also meinetwegen erste Kunden für dein Programm. Und was hat dann bei den Sachen, die du gemacht hast, um diese Kunden zu bekommen, um die Kunden zu überzeugen von deinem Programm, was hat funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert? Worin warst du vielleicht auch einfach richtig gut? Also wo hast du gemerkt, da bist du total in deinem Element, das fällt dir leicht, da kriegst du tolles Feedback, vielleicht kriegst du auch kein Feedback oder noch kein Feedback, aber du merkst trotzdem in dir, das macht mir Freude, das gibt mir Energie, da habe ich mich weiterentwickelt, da bin ich souveräner geworden, da bin ich klarer geworden, da bin ich selbstbewusster geworden. Also jetzt einfach mal zu gucken und da ehrlich, aber eben auch liebevoll, ich sage das deswegen beides, also ehrlich zu gucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Also eben auch ehrlich zu gucken, was hat funktioniert, also worin warst du einfach gut, was hast du gut gemacht, wo warst du total stringent, konsequent, wo hast du dich weiterentwickelt, welche Sachen hast du einfach echt gut gemacht, wo bist du vielleicht auch einfach dran geblieben, wenn es nicht so gut lief oder wenn Herausforderungen kamen, wo hast du mehr an dich glaubt, als vielleicht noch vor sechs Monaten, zwölf Monaten. Also ehrlich meine ich, wir sind ja immer gut dabei, sehr ehrlich zu gucken, wo wir uns dann kritisieren und was wir meinen, was alles nicht so gut geklappt hat, aber das geht in beide Richtungen, also du darfst jetzt auch ehrlich gucken, was hat denn einfach gut funktioniert, also was habe ich gut gemacht und liebevoll, habe ich eben gerade gesagt, liebevoll eben dann auch zu sagen, okay und bei den Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nicht so gut funktioniert oder da habe ich noch nicht so richtig den Dreh raus oder da habe ich viel gemacht, aber es hat mir nicht die Ergebnisse gebracht, die ich gerne haben wollte und vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt mal zu überdenken, ob das so überhaupt Sinn macht oder ob ich mir Hilfe holen muss oder ob ich mal mit jemandem sprechen möchte, ob es vielleicht einfach einen anderen Weg gibt und ich halte, klammere mich sozusagen an irgendeinem Weg fest, der mir gar nicht mehr dienlich war und jetzt einfach in Bezug auf deine konkreten Ziele und vielleicht hattest du auch einfach oder sehr wahrscheinlich hattest du einfach mehrere Ziele für 2023 und dann jetzt für jedes Ziel mal wirklich zu gucken, okay, was hast du dafür gemacht, also was hast du ehrlich dafür gemacht? War das einfach nur ein Ziel und du hast dann erwartet, es plumpst dir in den Schoß oder hast du dafür auch irgendwas gemacht? Und wenn du es gemacht hast, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und bei den Sachen, die nicht funktioniert haben, da lohnt es sich, dir einen Moment Zeit zu nehmen und mal reinzufühlen und zu sagen, okay, und welche Geschichte erzähle ich mir da gerade über mich? Welche Geschichte erzähle ich mir? Was mache ich da draus sozusagen? Also, weil bei den Sachen, die nicht so gut funktionieren, haben wir ja ganz oft die Tendenz, dass wir dann nicht nur sozusagen die puren Fakten nehmen. Nehmen wir mal an, mein Marketing hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich weniger Kunden bekommen habe oder keine Kunden bekommen habe oder meine Preise nicht erhöhen konnte oder irgendwie so. Das wäre ja sozusagen die Tatsache. Aber die Geschichte, die wir dann draus machen, ist, ich bin halt nicht gut im Marketing, mein Produkt ist nicht gut, ich kann das einfach alles nicht, die anderen sind alle besser als ich, was habe ich mir eigentlich eingebildet? Wir sind ja hier auch nicht bei Wünsch dir was. Doch, sind wir. Aber du weißt, was ich meine. Also, dieses, welche Geschichte fängst du dir dann an zu erzählen? Bei den Sachen, wo du jetzt denkst, hm, das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und dieser Geschichte mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen und dich dann zu fragen, stimmt das überhaupt? Stimmt diese Geschichte überhaupt? Oder gab es nicht irgendwo in deiner Vergangenheit schon Sachen, wo es nämlich genau anders lief? Wo du sehr wohl irgendwie zum Beispiel was zu verkaufen konntest, wo du sehr wohl Menschen begeistert hast für das, was du tust, wo du sehr wohl genau das erreicht hast, was du erreichen wolltest, wo es leicht für dich war, wo andere zu dir gesagt haben, krass, ich weiß gar nicht, wie du das immer machst. Und du hast es aber einfach gemacht. Also wirklich dir die Frage zu stellen, stimmt diese Geschichte überhaupt? Und, auch spannende Frage, ist das eine Geschichte, die du dir wirklich erzählen möchtest? Hilft dir diese Geschichte? Also ist das eine Geschichte, die dich empowert, die dich bestärkt, die dir Kraft gibt, die dir Energie gibt, die dich positiv sein lässt, zuversichtlich? Im Zweifel? Nein. Im Zweifel fängst du jetzt an bei den Sachen, die nicht geklappt haben. Eine Ahnung was, Beziehung ist jetzt nicht irgendwie besser, der perfekte Mann ist noch nicht da. Dir dann zu erzählen, ja, das wird auch nichts mehr, die Guten sind alle weg, ich bin irgendwie sowieso nicht liebenswert und attraktiv und keine Ahnung was. Das ist keine Geschichte, die dir hilft, nach vorne raus. Und am Ende ist es einfach eine Entscheidung, weil du erzählst dir diese Geschichte. Du erzählst dir diese Geschichte. Und du kannst auch für dich entscheiden, dass du dir eine andere Geschichte erzählst. eine, die ein bisschen positiver ist. Und jetzt kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Wenn du jetzt zurückguckst auf 2023, mit allen Ups und Downs, Lows und Highs und allem, was geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Wenn du da jetzt unter der Prämisse rangehst, dass das alles, alles, jedes einzelne, genau richtig war. Alles, was für dich jetzt aus deiner Perspektive gerade gut war oder nicht so gut, wenn das alles richtig war. weil das genau das Absprungbrett ist für dich, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Was kannst du dann daraus lernen? Was ist dann die Message aus 2023 an dich? Was sind die Learnings? Was wollte das Leben dir sagen, liebevoll? Wo wollte es dich hinschubsen? Wo wollte es dir zeigen, dass du vielleicht immer wieder gegen eine Wand rennst, obwohl irgendwie ein Meter weiter eine Tür ist, durch die du einfach durchgehen könntest? Wo warst du vielleicht zu verbissen und hast irgendwie gar nicht mehr den Horizont erweitert, was es sonst alles noch für Möglichkeiten gibt? Wie gut du bist, wie schön du bist, wie kraftvoll du bist, wie talentiert du bist, wie warmherzig du bist. Wo hast du sozusagen das alles ausgeblendet, weil du so ein bisschen im Tunnelblick warst? Wo wollte das Leben dir oder wo hat das Leben dir vielleicht auch einfach gezeigt, dass du auf dem genau richtigen Weg bist, weil du wahnsinnig tolles Feedback bekommen hast, weil du in dir dieses Kribbeln und Leuchten gespürt hast, wo du einfach glücklich warst, wo alles in dem Moment perfekt war, wo diese kribbelige Lebensfreude in dir war. Was waren die Momente? Worum es mir mit dieser Frage geht, ist, dass sobald du anfängst, Teile deiner Erfahrung abzulehnen und nur andere anzunehmen, also die einen zu wollen und die anderen nicht zu wollen, schneidest du dir Erfahrung ab und schneidest du dir ab, dass du daraus was lernen kannst, dass du einfach, ich überlege gerade, wie ich dir das gut rüberbringen kann, da steckt eine Message drin. Ganz ehrlich, ich meine, das Leben ist der größte Lehrmeister, den wir haben. Alles das, was wir anziehen und nicht anziehen, die Menschen, die Erlebnisse, die Erfahrung, den Erfolg, den vermeintlichen Misserfolg, überall ist da was drin. Und die Kunst ist jetzt für dich liebevoll wieder, ehrlich und liebevoll, zurückzugucken auf 2023 mit der Prämisse, dass das alles genau richtig war. Und was ist dann die Botschaft an dich? Was ist die große Message? Wo darfst du vielleicht loslassen? Wo stehst du dir vielleicht im Weg? Wo hast du zu klein gespielt? Wo hast du, weiß ich nicht, wo hast du vielleicht das Gefühl, hm, vielleicht habe ich da einen falschen Weg eingeschlagen, also falschen Anführungsstrichen und ich, ich readjuste jetzt nochmal und gucke, wie es weitergehen soll. Wo habe ich das Gefühl, ich war vielleicht nicht mehr ganz authentisch ich selber? Wo habe ich mich nur ein bisschen verloren auf dem Weg? Wo habe ich aber vielleicht auch viel mehr zu mir selber wieder gefunden und gedacht so, oh wow, das bin ich, ja, das bin ich, das fühlt sich einfach zu 100% richtig an. Das ist eine wichtige Frage und das ist eine Frage, über die kannst du tatsächlich auch, also du kannst es jetzt sofort machen, aber da kann man auch wirklich ein bisschen länger noch drüber kontemplieren, möchte ich fast sagen. also das einfach so ein bisschen sacken lassen und damit zu gehen, Spaziergang zu machen, das so, auch da die Erkenntnisse aufsteigen zu lassen. Und wenn du dann, und das ist jetzt sozusagen die Abschlussfrage, wenn du das dann für dich hast, wenn du irgendwie, wenn du so das Gefühl hast, so, oh wow, jetzt bin ich so an die Quintessenz gekommen, jetzt habe ich irgendwie, jetzt habe ich so ein paar Botschaften des Jahres 2023 verstanden, ich sehe die jetzt in den guten und auch in den nicht so guten Momenten und Erlebnissen. Oder ich sehe, wo ich sozusagen mir was versperrt habe oder wo ich, wo ich an irgendwas festgehalten habe, wo ich nicht offen war für all die Möglichkeiten, die sich mir bieten. Dann ist die große Frage eben jetzt, was willst du in 2024 anders machen? Was ist das, was du aus 2023 nimmst und transformierst dafür, dass 2024 für dich richtig, richtig schön wird? Was ist das Learning, was du in das nächste Jahr mitnimmst? Die Erkenntnis. Und wenn du das hast, erst dann, finde ich, bist du an dem Punkt, wo du dir sagen kannst, okay, und was will ich denn jetzt in 2024? Was darf sich in 2024 zeigen, entwickeln? Was will ich erleben? Und dann hinzugehen und deine unterschiedlichen Lebensbereiche zu nehmen und zu sagen, okay, das würde ich gerne erleben. Das ist mein Ziel. Und es müssen wirklich nicht viele Dinge sein, weil es geht ja nicht darum, dass du jetzt jeden Lebensbereich nimmst und dir da überall exorbitant krass große Ziele setzt. Das artet ja an Stress aus. Also ich würde immer sagen, keine Ahnung was, zwei, drei große Ziele und dann eher zu gucken, diese Ziele, wie kannst du die runterbrechen, zum Beispiel auf ein Quartal? Was kannst du dann konkret, was willst du konkret davon umsetzen im ersten Quartal, im zweiten, im dritten, im vierten? Was kannst du anstoßen in den Quartalen? Und dann kannst du natürlich das auch nochmal auf die Monate runterbrechen, damit das sozusagen so ein bisschen, damit du die ganzen kleinen Steps auf dem Weg zu deinem Ziel eben hast und nicht nur einfach so ein lofty Goal, in 2024 werde ich Millionärin. Das kann man machen, aber also ich würde sagen, die Erfahrung hat gezeigt, es ist leichter, wenn du dir ein konkretes Ziel setzt, was jetzt nicht davon inspiriert ist, was dir, keine Ahnung, was Gott und die Welt da draußen erzählt, was du für ein tolles Ziel haben sollst und was dann überhaupt ein großes Ziel ist, ist ja dann manchmal auch irgendwie sozusagen fast schon ein Schämen dabei für vermeintlich kleinere Ziele und das ist, glaube ich, echt das Schlimmste, was du machen kannst. Also es geht nicht darum, dass du dir jetzt als Ziel setzt, Millionärin zu sein, wenn du das Gefühl hast, da, ich weiß gar nicht, da vibriert gar nicht alles in mir, sondern dir dann einfach irgendwie ein Ziel zu setzen, wo du für dich mit deiner Essenz und deinem Kern jetzt irgendwie sagst, oh ja, das wäre echt, das wäre echt schön, da wäre ich einfach auch wirklich stolz auf mich und es fühlt sich gut an und es fühlt sich, es stretcht mich zwar, aber es fühlt sich machbar an und dann einfach für dich zu gucken, okay, und wie kann ich das runterbrechen und dir dann diese Baby-Steps zu erlauben dahin, weil jeder Baby-Step, den du dann erfolgreich machst, gibt dir ja wieder ein Gefühl von Selbstermächtigung, Stärke, Kraft, Energie und das trägt dich dann sozusagen nach vorne raus zu deinem Ziel und eben dann zu gucken, okay, wenn du irgendwie ein konkretes Umsatzziel, meinetwegen in deinem Business hast und dann hast du noch irgendwie was, was privat dir wichtig ist und vielleicht sagst du irgendwas, okay, vielleicht gibt es noch irgendein anderes Ziel, wo du sagst, irgendeine tolle Reise, die du gerne machen möchtest im nächsten Jahr oder irgendein Erlebnis, irgendwas, was du ausprobieren möchtest und damit dann erstmal zu gehen und jetzt nicht irgendwie mit 80 Zielen loszugehen für 2024 und schon gar nicht mehr zu wissen, wo du jetzt eigentlich mit anfangen sollst. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Aber mit dieser ganzen Vorarbeit in Anführungsstrichen sozusagen, dir dann erst zu überlegen, okay, und was will ich jetzt eigentlich in 2024? Was darf sich da zeigen? Was will ich erleben? Was will ich erfahren? Was soll dieses Jahr bringen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass 2024 ganz, ganz anders wird als 2023. Ich glaube, es wird ein wilder Ritt, aber es wird ein Stück weit leichter als 2023. Und insofern verbleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir von Herzen für 2024, dass du maximal glücklich bist, dass du ganz viele Momente hast, in denen du innehältst und dich am liebsten zwicken möchtest und denkst, mein Gott, dass das jetzt geklappt hat oder wie schön das gerade ist oder wie geliebt ich mich gerade fühle oder wie sehr ich gerade liebe oder wie dankbar ich bin für das, was ich gerade alles erlebe, sehe und erfahre, dass du von diesen Momenten so viele hast, wie es nur irgend geht und dass du an dich und deine Träume glaubst, dass du daran glaubst, dass das, was du machen möchtest, dass du das kannst, dass du da die Energie für hast, dass du da die Kraft für hast, das Talent dafür hast, dass du alle Fähigkeiten dafür mitbringst, dass du weißt, dass es Menschen gibt, die dich daran unterstützen, deine Ziele zu erreichen, dass du nicht alleine bist, dass das mit das Größte, der größte Fehler ist, dass du denkst, du musst die Dinge alleine schaffen und alleine lösen und das nicht so ist, sondern dass du eine Gemeinschaft um dich herum hast an anderen, die dich unterstützen wollen und können und dass du dich getragen fühlst, diese Ziele, diese Träume, diese Visionen, die du hast, die du in dir trägst, dass du die Stück für Stück einfach in 2024 wahr machst. Das wünsche ich dir von Herzen und ich freue mich ganz doll, wenn wir uns dann wieder hören. Der Podcast macht eine kleine Weihnachtspause oder Winterpause sozusagen, die ersten zwei Wochen vom Januar. Das heißt, wir hören uns wieder am 18.01. mit der neuen ersten Folge für 2024 und ich freue mich sehr auf dich. Fühl dich umarmt, eine ganz schöne Zeit bis dahin und bis bald. Das ist ein paar Jahre alt- und bis bald. Das ist ein paar Jahre alt- und bis bald. Untertitelung. BR 2018